Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Minucraft, Varo, Palettchen, geh rein, komm 3, 2, 1, GO! Oh Gott, warte, warte, warte doch mal, warte doch mal! Ich muss doch auch erstmal ganz kurz Hallo sagen. Gestern war ein auffühlender Tag, ja okay, ist ja in Ordnung. 3, 2, 1, äh. Weißt du, schlimmer als meine Mutter, Alter. Jetzt macht er sogar noch eine neue Ansage. Wieso irgendwie so eine neue Ansage? Ja, ich hab schon runtergezählt. Ja, aber ich muss mich ja nochmal so ein bisschen darauf einstellen. Ganz ehrlich, du musst dich ja auch mal so ein bisschen nach dem... Der gestrige Tag, der hat mich aufgewühlt bis zum Gehtnichtmehr. Der hat mich fertig gemacht. Sowas schmeiß ich jetzt eigentlich weg. Den Dia-Schutzpanzer... Nein, nein, den verbindest du. Ja, dafür brauche ich ja erstmal 27.000 Level. Stell erstmal einen Amboss, bitte. Nee, warte mal, erstmal hol ich mir jetzt Holz. Ach so. Erstmal hol ich mir, ich wollte ja hier... Ach, hier ist ja sogar ein Crafting-Table. Hab ich denn noch Sticks? Oder kannst du mal eben auf... Ach, das ist... Willst du das nicht kurz machen? Das dauert eine Sekunde. Ähm, den... Nur einen Amboss stellen. Nur einen Amboss stellen. Ja, ja, warte doch mal. Man muss ja auch ein bisschen... Ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Ja, ich stelle nur einen Amboss. Oh, Alter. So. Da hast du doch drei. Ich seh sie doch. So, warte, ich muss mal kurz hier gucken. Da sind schon wieder ein paar Party-People, Alter. Ja, bau dich ein. Erstmal eine Axt. Das wäre so geil, wenn du in Cessing stirbst. Ja, oh, da höre ich aber... Oh Gott, da kommt er jetzt. Von so einem Creeper. Von Lockback des Todes. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch an so einem Creeper... Ich will es nicht ausprobieren. Also ganz ehrlich. Aber warte mal, ich kann hier zumindest mal ein bisschen... Vielleicht den einen... Ich habe ja auch 22 Level. Ja. Das ist eigentlich ganz nice. Ja. So, da vorne ist noch so ein Harry. So, warte mal. Der Plan für die heutige Folge ist... Erstmal... Die Bögen. Erstmal die Bögen miteinander verbinden. Das ist das Wichtigste. Ich schmeiß erst mal... Bevor du die Brüste zusammenpackst. Och Mann, jetzt hört doch mal auf, mir auf den Keks zu gehen. Was wollt ihr denn? Ihr seid alle... Ihr solltet sich auch echt mal kurz hochbauen. Ja, ja. Ich habe die aber nicht alle eingeladen hier. Die sollen mal alle gucken. Ihr habt alle kein Zuhause. Jetzt mal ganz ehrlich. Das haben sie nicht. Ja, aber dann sollen sie sich mal einen suchen. Ich bin doch hier keine Anlaufstelle für irgendwie... So, zaubert Bücher. Was soll ich denn mit dem Zuckerrohr? Erstmal einen Anlaufstelle. Wegen dem Bogen. Selbst wenn jetzt ein Gegner kommt, lohnt sich das. Kommt. Ich schmeiße erst mal das Feuerzeug weg. Das ist das Letzte. Was ich jetzt brauche. So, du mit deinem blöden Anlaufstelle. Ja, hier, Menjel. Jetzt pack diesen Anlaufstelle. Alter, geht doch. So, und jetzt pack die Bögen rein. Ja, der Bogen... Guck, wie es am günstigsten ist. Ja, der würde 15... Und andersrum geht, glaube ich, gar nicht. 19, doch, doch. 19, okay. 19, okay. Ja, dann nimm 15. Ja, warte, 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 wir gucken doch erst mal. Das ist ja das Wichtigste. Was willst du denn sonst machen? Ich werde jetzt erst mal ein bisschen was abwauen. Wenn jetzt mir jemand nach... Ach, komm! Ja, wenn jetzt einer nachjoint, dann brauchst du den Bogen, Alter. Ja, 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 warte, warte, warte. Gibt keinen Grund zu warten. Nein, oh Gott. So, 15. Ja. Stärke für perfekt. Der könnte sich jetzt auch vielleicht sogar schon in meine Richtung begeben. Die Brüste könnte ich auch ganz kurz testen. Ach, ich habe noch zwei Amboss-Dinger. Warte mal. Ich latsche erst mal ein bisschen. Ja, oder gehe, genau. Gehe erst mal. Erst mal ein bisschen weiter weg. Aber hier ist das Gravel. Das ist halt das, was ich eigentlich... Ich wollte mir eine Schaufel craften und hier den schönen Gravel weg. Aber ich bin doch eigentlich super weit weg von meinem Dingens. Weil ich brauche ja die Pfeile. Ja. Das ist ja eigentlich auch noch super wichtig. Ja, dann nimm ein bisschen Gravel mit. Ähm. Warum hast du dir denn gerade auch eine Axt gemacht anstatt... Ähm, weil ich dumm bin wahrscheinlich. Ähm. Ja, warte mal, dann mache ich mir mal schnell eine Schaufel. Ne, ich wollte halt irgendwie schnell... Ich weiß auch nicht ganz... Eigentlich weiß ich nicht gar nicht genau, was ich da machen wollte. So, ich hustle nochmal hier schnell hin. Zack. Ne Schaufel. Boah, toll machst du das, Alter. Da, da, Menü. So, das Feuerzeug. So, das Feuerzeug. Ja, aber ich brauche jetzt trotzdem noch... Das Feuerzeug würde ich aber eigentlich mitnehmen. Ich... Das Feuerzeug würde ich aber eigentlich mitnehmen. Warte mal, ich brauche doch... Den Diastschutz, den brauche ich doch gar nicht. Genau, die eine kann es schon wegwerfen. Dann kann ich jetzt hier... Guck mal, ich brauche nur einmal wenigstens ein bisschen Feuerstein into the hand. Warum? Zack. Ja, damit, damit, wenn ich mir hier den Gravel immer... Guck mal da, dann sammle ich den immer auf und habe nicht das Problem. Da ist jetzt ein Feuerstein, okidoki. Sehr schön. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die andere. Willst du das Feuerzeug nicht mitnehmen, falls... Ich bin sowieso kein Babbo-Feuerzeug-Spieler. Also, weißt du, ich habe... In dem Moment bin ich niemand, der sagt, ok, ich ziehe jetzt hier den Kram daraus. Das mache ich nicht. Das weise ich einfach. So, warte mal. Und dann sammle ich die sowieso. Ich muss die sowieso alle mal aufsammeln. Ich brauche auch keinen Kessel. Ich gehe eh nicht in Neta. Also, der Neta ist doch sowieso... Ey, das habe ich schon in der letzten Folge erwähnt. Ist er nicht sowieso schon... Ey, ist er nicht schon zu? Stimmt! Ist er jetzt nicht? Oh, nee, ist er nicht. Ist er noch nicht zu? Oh, nee, 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 nee. Das muss ich mal ganz schön Bescheid sagen. Habe ich ja ganz vergessen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ist nämlich nicht fair Plug-ins oder so. Also, ich hatte... Ich hatte die Idee mittendrin, weil es gibt ja die Border. Und die Border wird immer kleiner, je mehr Leute sterben. Und die Border macht aber keinen Sinn, wenn die Hölle noch offen bleibt. Weil man da drin ja dann auch rumlungern kann, wie sonst was. Und deswegen soll die Hölle ab 20 Tode... oder lebendige Leute eher so rum zugemacht werden. Es tut mir leid, Leute, aber ich brauche Fleisch von euch. So, haben wir 10. So, den Kies habe ich schon mal ein bisschen was dabei. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich die ja eh immer aufstellen, abbauen. Jetzt habe ich schon sogar ein bisschen Feuerstein. Das ist gerade ein bisschen doof, wenn der jetzt hier die ganze Zeit rumspließt. Gehe ich mal ein bisschen. Gucken wir uns mal hier die Wasserstelle an. Hallo, ihr kleinen Hasen. Das sieht toll aus, Alter. Ja, da vorne ist ein bisschen Gravel. Da liegt auch... Da liegt ein Ei. Tja, ist ja... Eigentlich müsste ich auch noch mal so ein bisschen weiter... Ähm, mir so eine Stelle suchen. Weil ich habe jetzt ja noch... Ähm, hier... Die Goldnuggets habe ich scheinbar nicht mehr aufgenommen. Dass ich wenigstens noch mal vielleicht irgendwo eine Goldader finde für einen weiteren Apfel, weil... Boah, da musst du aber schon weit runter, oder? Na, Gott. Wenn ich einen richtigen Weg runter finde... Ich will mir... Ich habe keinen Bock runterzugraben. Das werde ich nicht machen. Sondern mir einen Spot suchen, wo ich einmal so ein bisschen runtergucken kann. Weißt du? Wo ich einmal so ein bisschen runtergehe, um dann zu gucken, was da abgeht. Weil ich will jetzt nicht noch mal eine große Farm-Arie machen, aber einmal so ein Höhlensystem einmal durchhasseln. Weil es wird auch noch welche geben, die jetzt noch nicht großartig... Ich habe erst drei. What the heck? Ich dachte, ich hätte schon viel mehr. Wie lange dauert denn das? Ja, aber pro Ding bekommt es ja vier Pfeile. Deswegen, das sind ja auch schon zwölf. Und töte die Hühner wegen den Federn. Ach so, ja. An Federn wird es ja nicht scheitern. Federn habe ich ja schon mehr. Naja, wer weiß, wie viel du farmst. Okay. Ich suche jetzt erst mal hier irgendwas, wo ich mal meinen Kopf reinstecken kann. Weißt du? Okay. Also, ich muss ja so ein bisschen in so eine Höhle. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht zu weit... Ja, bleib eher in der Mitte. Naja, es ist ja momentan irgendwie 2000x2000. Ja. Also, da... Müssen wir dann halt einfach mal gucken. Da ist noch ein kleines Huhn. Guten Tag! Das ist doch richtig schön für Grevel. Ist ein veganes Huhn. Ich muss mich hier aber auch immer mal so ein bisschen... Umgucken? Nee. Brauchst du nicht. Nee, doch. Ist jemand auf dem Server. Ja, nee. Der macht aber nichts. Ja, genau. Der, nee, der, der hat mich auch schon... Das wird dann ja auch letztlich, ähm, darauf hinauslaufen, ähm, in den nächsten Folgen, beziehungsweise wahrscheinlich schon in den nächsten Folgen, dass ich, äh, ja, wieder kämpfen werde. Boah, was tust du? Boah doch weiter, da war doch noch richtig viel. Ja, aber ich, ich will jetzt, ähm, ich... Ganz ehrlich, ich hab jetzt vier. Und ich kann das in den Höhlen immer... Ich hab den Keystone. Ach so, ach so. Den kann ich immer wieder aufstellen und abbauen. Ach so, ja, ja, klar. Aber ich will jetzt erstmal... Ist meine Priorität Goldäpfel, weil, ja, wenn die ausgehen, dann hast du halt meistens irgendwie immer schon einen richtig fettroyalen Nachteil. Ja, aber dein Bogen ist schon wichtiger, als du denkst. Wenn du da nicht mehr reinballern kannst und er schon, dann bist du ja genötigt, in den Nahkampf zu gehen. Ich möchte ja sowieso irgendwann in den Nahkampf gehen. Ich meine, ich... Ja, okay. Während der Kämpfe... Also, das muss ich auch nochmal sagen. Da muss ich dir auch nochmal einen großen, großen Dank, ähm, aussprechen, dass du mir in den kopflosen Situationen teilweise dann gesagt hast, okay, mach das. Weil ich hatte die Folge schon geschnitten und hab dann gesehen, oh, okay, da wäre es jetzt... Da hätte ich in der Situation keinen Apfel mehr gegessen. Ja, ich weiß, das ist voll geil. Das war auch besser, als ich gedacht hätte, der Effekt. Weil du ja gar nicht trocken denkst und ich deine AP-Leiste die ganze Zeit im Auge habe. Ich find's aber auch gut, dass ich nicht trocken denke. Was ist das denn für ein Begriff, trocken denken? Alter, den hast du dir doch aus dem... Nee. Aus dem Rippen geleiert. Wo ist denn jetzt mal hier irgendwo ein Weg nach unten? Normalerweise sind doch hier immer irgendwo noch so ein kleiner, wo man runterlatschen kann. Das ist doch echt... Nee. Geht doch... Alter, was denn? Bist du... Nee, du bist doch... Ey, du bist nicht mal ansatzweise am Anfang, oder? Nee, nee, aber da hinten ist die... Gut, da war doch gerade X. Da hinten ist die Border. Ja, ja, klar. Alter, scheiße. Ja, geh mal weg. Da muss ich ja mal wirklich hier ein bisschen... Ein bisschen weiter weggehen, Alter. Wenn ich von der Border zerquetscht werde, dann bin ich in der... Aber Palette. Into the middle, yes. Kannst du jetzt mal ganz kurz nochmal den Anbau stellen und gucken, wie viel deine Brust kosten würde? Achso, ja. Weil stell dir mal vor, du stirbst und der Gegner hat noch ein halbes Herz übrig. Dann weißt du, dass lang an deiner Brust... Ja, aber dann muss ich ja sowieso... Dann muss ich jetzt ja auch nochmal eine Spitzhacke craften und den ganzen Kram. Nee. Nein, nein, warum denn? Ja, doch, weil ich den ja nicht abbauen kann. Ja, dann lässt du den... Du hast... Erstmal, hast du eine Spitzhacke? Eine Diaspitzhacke? Heißt, du kannst sie direkt wieder abbauen? Hä? Ich hab mein... Ich weiß auch nicht, was mit meiner Diaspitzhacke passiert ist. Da unten ist sie doch! Ach, da ist sie! Oh Gott, ich hab sie nicht gesehen! Oh Mann! Okay, okay, warte, ist alles kein Problem. Ja, ich würde trotzdem noch ein bisschen so... Ja, du musst deine Brust erstmal ausziehen. Ja, ich zieh jetzt hier meine Brust aus dem offenen Feld. Bist du verrückt? Junge, du willst ja... Dass ich mir jetzt hier meine Brust ausziehe, Alter. So, zack. Neun Level wird mich das kosten. Und andersrum wird mich das... Okay. Ja, dann mach! Nice! Gibt es nicht noch irgendwas Besseres? Ein Schwert zusammenpacken oder so? Ja, du hast keine Waffe, oder? Wenn ich die beiden zusammenpack, dann könnte ich auch noch das... Ach, du hast doch gar keine Schärfe 5, ne? Nein, ich hab keine Schärfe 5. Ja, dann pack die mal zusammen. Ja, warte mal, ich guck mal. Erstmal zieh ich mir mein Dingens wieder an. Das muss ich mal ganz kurz machen. Ja, gute Idee. Erstmal wieder ein bisschen bekleiden, Alter. Die Leute haben schon ein bisschen geguckt. Ich hab gar nicht gewusst, dass du ein Schwert... So, warte mal, das wird... Oh, 22. Ja, und 16. Alter. Das krieg ich nie im Leben mehr hin. Das wär aber mega fit. Nee, dann müsstest du in die Hölle. Ja, vor allem die Toy, willst du denn dann bitte noch das... Stimmt, ja, ja. Also letztlich, ja. Nee, 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 dann die Brust. Dann mach lieber die Brust und... Falls du später nochmal Level bekommst, kannst du es ja immer noch machen. Dann, äh, ziehen wir deine Brust kurz aus. Oh, scheiße, schon wieder, Alter. Die gucken, Menjel, die gucken alle schon. Wie damals im Schwimmbad, weißt du noch? Ach ja, als ich meine Brust verloren hab. So... Was? Ja, geil. Die hab ich einfach verloren, meine Buben. Wie geht's denn deiner Rüstung allgemein? Der geht's ganz gut. Oh, ja. Die ist eigentlich noch... Also ist noch alles im grünen Bereich. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem immer noch einen blöden Eingang. So, guten Tag. Mein Name ist... Ich glaub, da lohnt es sich schon fast wieder nach unten zu graben. Ich hab echt keinen Bock mehr... Nee, ich hab aber keinen Bock mehr nach unten. Hallo! Dann grab dich da straight nach unten. Vielleicht fällt einer rein. Ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer... Oh, ich streife hier durch und auf einmal... Ah! Ich mein, es könnte natürlich passieren, aber... Ich versteh's einfach nicht. Ich seh... Normalerweise hab ich alle zwei Meter irgendwo ne Schlucht gesehen oder... Oh, hier ist ja immer noch... Okay, ich geh mal wieder ein bisschen weiter ins Landesinnere. Ich find das so krass, dass man hier... Letztlich sind das alles Überbleibsel von anderen Spielern. Ja. Die man hier so gerade so irgendeiner der... Weil meistens, wenn sie... Ähm... So, so Sachen auf dem Boden platzieren, bedeutet das, dass sie meistens geflüchtet sind. Also so ist es... Doch, nicht bei allen. Ähm... Weißt du, wo du gerade bist? Welche Koordinate ungefähr? Oh, da hinten sieht's ganz gut aus. Ja, hier, ja, da bin ich. Ja, dann geh mal weg von der 900-Koordinate, von der X-Koordinate. Bisschen mehr rein. Ach so, ein bisschen mehr. Okay. Ja, dann muss ich da längst... Aber da hinten sieht das Biom so gut aus. Alter, hallo Alpino! Willst du in die Mitte geportet werden? Nein, 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 ich... Nein, ich will nicht in die Mitte geportet werden. Ja, dann geh weg. Ja, ja, mach ich ja. Und ich's mal lecker ab, Alter. Ich hab's gemacht, lecker. Lecker. Ach so, ich soll ja weg von der 900-Koordinate. Ja, ja. So, gucken wir mal. Warte mal, hab ich denn auch noch... Ah, ich hab hier ja noch veganes Schweinefleisch. Nee, mach erst mal das andere weg. Mach mal erst mal das andere weg, dass du den Balken weg hast. Nee, nee, wenn jetzt erst mal ein Kampf kommt, dann... Ja, dann hast du immer noch neuen Steak. Also das wirst du nicht auch brauchen, oder? Ja, aber dann muss ich den Switch hinkriegen und ich hab auch irgendwie keinen Wassereimer mehr. Und du hast auch nicht mehr die Haltränke unten. Stimmt. Du bist perfekt vorbereitet. Ja, ja. Dann hätte ich echt ein Problem. Muss ich immer ins Wasser springen. Hilfe, is da bitte ein bisschen Wasser. Hat einer eine Fütze? Ja, ich hab ja noch acht Enderpearls, Alter. Wenn ich hier irgendjemanden sehe, bin ich direkt... Acht Stück, ey. Das ist echt krass. Okay, ich will jetzt mal... Obwohl, hier müsste ich mich auch drei Jahrzehnte reingraben. Das ist eigentlich alles... Da ist doch eine Höhle. Stimmt, hier geht's rein. Wow, Alter. Bestimmt ein... Alter. Ein Tief. Ja, ja, nee. Hier geht's ein bisschen... Oh, 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 oh! Nice! Hallo! Aber dann komm ich wenigstens hier ein bisschen durch. Das ist auch schon mal ganz praktisch. Dann muss ich hier nicht einmal... Einmal außen rum gehen. Waren wir hier nicht mal auch ganz am Anfang? Ich hab keine Ahnung. Das sind... Als ob... Als ob du das wieder erkennen würdest. Weil das ist deine... Du sollst was essen, bedeutet das. Ich hab nix bestellt. Nein, nein, ich mein gerade, ist was im Spiel. Ach so, oh, 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 guck mal hier. Oh. Ja, fall doch runter. Oh, spring. Da ist Wasser. Hallo! Endlich traut er sich. Ja, ich bin erwachsen. Nicht wie am Anfang. Nein, Menjul, tu das nicht. Ja, ja, du bist ja ja wie ein Quatschkopf. Okay, hier ist zumindest so ein Ding, wo die Leute Iron haben liegen lassen. Das könnte bedeuten, dass sie entweder... Warte mal. Vielleicht war da noch gar keiner. Naja. Ich gucke jetzt mal. Aber da hinten wird auch nicht großartig was sein. Oh, das Wasser. Wie nervig. Ja, ich hab auch... Doch, ich hab doch den Kies. Zack. Oh, ja, das war smart. Komm schon, bitte. Das geht nicht. Wieso geht das nicht, Alter? Oh, da geht's weiter runter. Zack. Schön... Oh, was? Oh, mach das Wasser. Okay, brauchst du nicht. Nee, nee. Ich geh jetzt hier. Oh, das Gold. Das ist nochmal ein schöner Abschluss. Oh, ich kann's nicht aufsammeln. Das schmeiß ich weg. Scheiße, ob ich die Schaufel. Doch, kannst du was um Gold? Ach, nee, das ist ja schon gut. Schon gut. Ich... Was... Ich... Ach, scheiße, ob ich Schaufel, Alter. Egal. Könntest du neu machen. Das ist noch mehr. Als ob. Hier war noch niemand. Cool. Jackpot. Nice one. Ja, ja, kick mich in 10 Sekunden, Alter. Mach doch, wenn du dich traust. Drei, zwei, eins. Ja. Sauber. Ich dachte schon, einer war in der Nähe. Das hat ganz gut funktioniert mit den Sachen, weil das ist locker schon Goldapfel, glaube ich. Das war ein gutes Vorkommen. Und wenn ich dann noch weiter da runter spleece, dann wird das was. Also, wir werden jetzt auch keine drei kalten Winter mehr farmen. Keine Sorge, bevor sich da jetzt irgendjemand sagt, oh, Jogen, gell. Sondern, ähm, das geht einfach darum, dass man ansonsten, ja, ansonsten keine große Chance hat. In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Vergesst auf gar keinen Fall bei German Let's Play vorbeizuschauen. Freut euch in Zukunft dann wahrscheinlich auch auf Minecraft Return. Da sind, da gab es heute sehr, sehr erfreuliche Nachrichten. Also, das, das steht in den Startlöchern, wann es genau kommt. Lasst euch überraschen. Also, eigentlich, irgendwann, irgendwann, vor allem, erst wenn ich tot bin. Ja. So, äh, ja, am Morgentag geht's weiter. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Bis. Oh, ich seh dich.